Ja, Hallihallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Infovideo zu League of Legends und diesmal geht es hier um das Thema PBE-Server und ja, warum kann ich mir keinen neuen oder generell einen PBE-Account erstellen? Das ist sozusagen die Leitfrage in diesem Video. In diesem Video geht es nicht darum, wie installiere ich den PBE-Client, sondern es geht halt darum, warum, ja, warum schaffe ich es nicht oder warum werde ich halt immer von dieser Seite, wenn ich mich anmelden möchte oder registrieren möchte, dann zurück ins Forum geworfen und ja, warum klappt das nicht? Das ist diese Leitfrage in diesem Video und dazu möchte ich mich ganz kurz äußern, denn da sind sehr, sehr viele Fragen aufgekommen und das möchte ich einmal ganz kurz klarstellen. So, wie ihr seht, hat sich jetzt hier das ganze Bild geändert und ja, Ja, das ist dieses Forum, wo ihr dann weiter, ähm, ja, hingeleitet werdet und hier ist einfach mal ganz simpel das alles in Worten gefasst und ja, da oben steht es in Englisch oder in Englischen und ich möchte es euch einfach mal ganz kurz nochmal erläutern, woran das jetzt eigentlich liegt, äh, ja, wieso ihr, ähm, euch keinen neuen Account oder generell einen Account erstellen könnt. Ja, das begründet Riot ganz einfach damit, dass einfach zu viele Gims, Trolls und ja, whatever, einfach zu viel, ähm, Unfrieden da auf diesem PBI-Server, ähm, getrieben haben und ja, einfach den Server sozusagen missbraucht haben. Der Sinn und Zweck dieses Servers ist, dass eigentlich, ähm, ja, Fehler gefunden werden oder beziehungsweise Bugs, ähm, gefunden werden, entdeckt werden und dann sofort, ja, an Riot Games gesendet werden, sie kurz beschrieben werden und somit halt, ähm, ja, Riot Games diese Fehler beheben kann und ja, das ist eigentlich der kleine Gedanke, der dahinter steckt, aber viele missbrauchen den Server halt dazu, ja, um ihr Unwesener zu treiben und ja, größtenteils, ähm, werden da ja auch die neuen Champions getestet, äh, und man kann ja natürlich da auch schon diese Champions, weiß nicht, drei, vier Tage früher spielen, bevor sie dann auf dem richtigen Realm rauskommen und oftmals hat man ja noch nicht die Kohle dafür, um ihn dann zu kaufen, dann, ja, gebe ich ja zu, es ist eine ganz nette Möglichkeit, die da einmal ein bisschen anzuspielen, um zu gucken, was sie können, aber wie gesagt, hauptsächlich, ähm, richtet sich der Server dazu, ähm, dass man halt Fehler findet, den neuen Champion testet, ähm, ja, Beschwerden einreicht, wenn er halt so OP ist und wenn oder nicht und ja, schlicht und einfach haben es viele dann, ähm, das Maß übertrieben, haben totalen Scheiß da an Riot geschrieben, ja, und es war einfach zu viel unnützlicher Kram da, dann in deren Postfach und dann haben sie gesagt, ja, okay, wir ziehen da einen Schlussstrich und jetzt kommt die wichtige Information, ähm, ähm, ihr könnt euch nur noch am Monatsanfang, also am 1., 2. und 3. einen neuen Account erstellen, so, das heißt jetzt, wenn wir heute den 14.8. haben, also den 14. August, dann müsst ihr jetzt noch ungefähr gute zwei Wochen warten, bis zum 1. September und dann könnt ihr euch wieder einen neuen PVEs, ähm, Account erstellen, ähm, ja, also am 1. September, am 2. und am 3. September habt ihr die Möglichkeit, euch einen neuen, ähm, PVE-Account zu erstellen, das hat einfach ganz einfach den Grund dafür, dass, falls ihr halt gebannt werdet oder halt, weil ihr einfach Kacke gebaut habt und es einfach überzogen habt, dass ihr euch dann nicht, ja, am gleich da, am darauffolgenden Tag wieder einen neuen Account erstellt und da wieder euer Unwesen treibt. Das ist einfach dafür da, damit halt ein bisschen Sicherheit da und ein bisschen, ja, generell aufgeräumt wird auf diesem PVE-Server. Finde ich auch, ist eine gute, ähm, Sache von Riot, denn ab und zu geht es echt gar nicht da, was da abgezogen wird. Na gut, äh, ich hoffe mal, ich habe jetzt mich ja sehr lang gehalten und habe mich jetzt auch öfters wiederholt, ähm, dass ihr es trotzdem alles soweit verstanden habt und, ähm, ja, wie ihr diesen PVE-Server jetzt nun installiert und, ähm, was da alles noch zugehört, wie man den Account anlegt und wie man jetzt die Punkte bekommt, etc., USW, das werde ich dann euch, ja, im nächsten Let's Play, äh, nicht, nicht im nächsten Let's Play, sondern im nächsten, ja, Infovideo zum PVE erklären, was ich dann wahrscheinlich dann, ja, passend oder pünktlich zum 1. September rausbringen werde. Bis dahin wünsche ich euch noch, ähm, ja, eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, ähm, ja, warum Riot diese, äh, Maßnahmen vorgenommen haben und, oder vorgenommen hat und, ja, das war's auch schon von mir meinerseits. Haut rein, Leute, und bis zum nächsten Infovideo. Ciao, euer Ibel Buschi LP.